Leute! Ist da und ist alles voll. Hier an den Seiten ist es instinkt unter mir. Man kann gar nicht sehen wie schnell das ist. Ey, das ist so hoch. Das sieht eigentlich nicht so aus. Das ist eigentlich zwischen diesen zwei kleinen Bäumen und zwischen den zwei Bäumen diese kleine Stelle. Da läuft das normalerweise lang. Und es ist so fucking hoch. Ich geh jetzt nochmal auf die andere Seite. Es ist die Leute die... Man kann es von hier aus schon sehen. Man kann es von hier aus einfach sehen. Was eigentlich nicht normal ist. Da ist der Rettungswagen. Schnell durch die Straße. Und wo richte ich die? Es ist unfassbar krank. Rettungswagen. Hoffentlich sehe ich jetzt keine Leiche mehr lange. Ja, der Weg, der Garten fängt schon an zu überschwemmen. Es ist direkt unter mir. Hier... Also... Es ist so fucking schnell das Wasser. Hier wölbt sich das sogar auf. Also extrem. Da hinten... Ich weiß nicht, ob man es ganz sehen kann. Da vorne... Leute. Es ist einfach krank. Vor ein paar Stunden war das noch nix. Also vor ein paar Stunden war das noch legitim. Da hat man nicht gedacht, dass es so aussieht. Also das ist echt schlimm. Also das ist echt schlimm.